Da bebt die Steppe. Jetzt gibt es den knifftigen Legespaß, auch schon für die Jüngsten. Nu, Schlange und Affe wollen nur eines. So schnell wie möglich an den richtigen Platz. Wer es als Erster schafft, ruft laut Rubongo und bekommt einen Edelstein. Wer am Ende die meisten Edelsteine gesammelt hat, hat gewonnen. Und das Beste ist, kombiniert mit dem Rubongo-Basisspiel ist es ein Spaß für die ganze Familie. Rubongo Junior, mit Kinder ab 5 Jahren von Kosmos.